Wenn ihr die nächsten Wochen nicht verpassen wollt, lasst doch gerne ein Abo und ein Like da, würde mich freuen. Wir sind mittlerweile schon bei Woche 6 angelangt in der Season 4 und diesmal muss man sich in einem Campingplatz, einem Spielplatz und einen Fußabdruck suchen und das ist hinten bei Greasy Grove. Ihr seht ja wieder alles, ich zoome ran bei der Karte und alles mögliche. Ihr seht es ja wieder und ja, es ist wieder auf dem kahlen Fleck und gönnt euch die Battleplatzrufe und haut da rein. Ciao.